lesbisches hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen folge minigames masterbilders auf hypixel mit der lena und mit dem app mit julie und wir gucken euch das thema wir haben brot karte palme bahnhof japan bahnhof ist okay bahnhof kann man mal machen ich mache palme welches ist es was ist das bahnhof ok moment nein das nehmen wir als boden wir hatten nämlich ein baumhaus gebaut und wir sind erster platz geworden erster platz leute ich glaube es gab es war so cool wir haben einfach ein baumhaus gebaut ich blende euch noch mal jetzt ein screenshot ein und wir haben die runde einfach gewonnen ich fand es so cool ich hätte nicht gedacht dass wir gewonnen dass wir gewinnen erinnern das was du da gerade machst ist so zeitaufwendig ich weiß ok was ich so verkacken würde ich habe das thema haben wir so schlecht gemanagt naja aber wenigstens halbwegs zu das ist so furchtbar ja genau ok das ist das klicken ok das klicken ok wobei gut wird es noch super boob super kacke junge wer macht denn so einen scheiß bitte der gewinnt legendär episch episch leggi sag ich nicht moment warum denn werden die alle kacke kacke wir was für das ist gar nicht schlecht das ist super kacke ich sag's dir unseres war nicht schlecht unsere unseres war echt nicht schlecht unseres war echt nicht schlecht und medica mit eisengittern und hältst auch weniger platz gebraucht junge was ist dann das super kacke ficken kacke wir können es nicht mehr gewinnen weil die leute haben kacke bewertet und ich weiß gar nicht wieso das war gar nicht mal so schlecht wenn man sich jetzt das hier mal anschaut wenn man sich jetzt das anschaut war unseres echt gut weil man vergleicht unseres mit dem epischen das war natürlich ja das war klar sechster platz waren wir ok ich hätte uns jetzt als ob der ja ganz ehrlich das ist ok ok es war ich es ja war gut doch nie warum ok diesmal wissen wir aber was kleiner und pink pink ja ok aber nicht aus wollen ja in pinken clay das reicht vollkommen du sagst du sollst vergrößern hinten habe ich gesagt du sollst keine traumvilla bauen wir sind ja nicht in barbie traumvilla abenteuer ich hab barbie nie geguckt sorry oh meinst hab ich verraten dass ich barbie schaue ok Leute mit dem thema befassen wir uns mal ne andere folge ok ich verrat keinen ich hab mir das in der aufnahme drin und ich werde das nicht rausgarten warum nicht zu voll dafür bin ich kann meine video jetzt wissen sie auch noch was du bist so was dass du faul bist das war ja gerade ein spaß lena gut fang an mit dem in haupt mit dem haus von innen alter nein sorry ich hab eins abgebaut das wollte ich nicht mach doch keinen dorfbewohner rein es gibt andere mach irgendein schönes mädchen rein jetzt kann ich das weg machen rechtsklick und dann die spawnen irgendwie drücken können da musst du man kann hier noch keine betten ändern oder kannst du betten fahren am doppelbett ihr soll doch einen freund haben hä warum moment äh was machst du überhaupt ich suche so wie du es gesagt hast ok wunderbar du bist wirklich so noch mal kann man hier auch ähm gibt es auch sowas wie ein computer nö ernsthaft du bist ein puppenhausen ja warum nicht ok so nein eine minute noch übrig aber das wird gut dass das gewinnen wir ähm soundboxen soundboxen laternen was das ist ein puppenhaus ich habe noch nie ein puppenhaus mit meinem computer gesehen das wäre egal eine schneekugel ist noch schön das ist nicht noch mit dem fernseher eine schneekugel kommt da oben raus was hier äh ne wo machen wir sowas hin nein wunderschön aber echt ey ja das wird doch gut höchlich superpup 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 unsere ich glaube wir gewinnen ich hoffe es mal weil unseres ist echt gut leute ok aber warte das ist nur einseitig das ist nur na das kriegt ein gut aber ich weiß nicht ob das gewinnen wird die frage ist wollen die amerikaner jetzt mehr in ein architektur wobei wir wissen nicht ob wir mit amerikanern oder deutschen spielen oder halt sehr gut report super kacka achso ich report äh ja das ist nicht ganz junge das ist kein puppenhaus mit sowas hier aber das kriegt ein kacka sie haben sich wenigstens Mühe gegeben ähm ähm boah kriegt das ein ok das kriegt kacka ne das ist ein kürbis jetzt rum was ist dies nun was wie kann man sowas man muss doch sowas kann man doch nicht innerhalb von sechs minuten nur bauen kann kein puppenhaus wir haben ich weiß nicht ob wir jetzt so eine art puppenbaus gebaut haben oder was genau wie jetzt da ja es kriegt ein ok aber das ist kein doch es ist ein puppenhaus aber ah ah ja oh alter nein digger leggi 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 komm gehen die leute rein die leute gehen rein die leute gehen rein die leute gehen rein man kann sich reinlegen leggi leggi ich hab leggi gesehen episch leggi episch und gut hab ich gesehen leute ähm ja ne doch nein alter ich hab mich fast verblickt ok das war klar dass das gewinnen wird wir sind dritter hey warte wer ist zweiter ok aber wir sind dritter leute dritter ich hab mich leider ist es jetzt so gewesen dass ich geschafft habe die aufnahme zu beenden ich bin auf die taste gekommen auf die tasten kombination aktuell wir sind dritter geworden das puppenhaus also dass das nur die eine seite nur das wurde mit der vorderseite das pink weiße hat gewonnen wir sind dritter platz geworden an sich eine gute runde ähm ich weiß gar nicht jetzt wer zweiter geworden ist aber auf jeden Fall sind wir dritter geworden und war ultra nice runde jetzt auf jeden fall ich hoffe das video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann slayt doch mal den das bricht und dann oben durch abonniere mich nicht zu passen und aktiviert die glocke für pappern nach dem rund und immer benacht und könnt ihr aber alles auch in youtube einstellen aber ich empfehle trotzdem alles anzeigen zu machen und folgt mir lena kevin und mir lena und kevin auf instagram falls ich mal krank sein sollte oder ja folgt uns da einfach weil dann kriegt auch mal bilder mit kriegt videos mit vielleicht kriegt auch mal was mit was ich hier wo ich einen kleinen schnitt aus unserem schlag was ich hier auf einer aufnahme zeigt was noch nicht sieht auf jeden fall wünsche ich wünsche euch eine schöne zeit haut rein und ciao leute